Wie lange müssen wir da noch? Ich habe keine Lust mehr. Wir müssen jetzt nur noch um die Ecke rum. So, das dauert noch eine Stunde. Einsatz! Los! Bei der Feuerwehr ist jeder willkommen. So ein Mist wieder nur vier Leute. Uwe hilft alles nichts. Wir müssen los. Feuerwehr, hier sind meine Freunde. Und deine auch. Schön, dass ihr da seid. Wir haben gemeldet einen Scheunenbrand bei Koopmann. Auf der Fahrt bitte PA anlegen. Angustrupp ausrüsten. Jo, Silke und ich rüsten uns aus. Alles drüber. Uwe, gib Gas. So, pass auf. Wir haben hier einen Scheunenbrand. Wir haben da hinten die Wasserennahmestelle. Mach die Wasserennahmestelle klar und speist das Fahrzeug hier mit Wasser ein. Hilfe, Hilfe! Scheune brennt! Hallo, was ist denn los? Die Scheune brennt. Da ist Heu und Stroh drin und eine Mülltonne und sowas. Kommen wir hier durch das Tor durch? Da ist der Eingang. Einer kümmert sich hier um den Besitzer. Hol ich's denen ab, Tobi, nimm's denen mit und betreut's den. Wassertrupp, Wasserversorgung aufbauen. Angustrupp zu mir. Angustrupp, wir haben vermutlich Brand hinter der Scheunentür. Öffnet die Tür und guckt nach, was dahinter ist. Feuerwehr, eine große Familie. Feuerwehr, wir haben hier einen Container gefunden. Das ist hier drin. Das spricht was dran ist. Wir holen ihn raus. Okay, bringt den Container raus. Dann daschen wir den hier draußen ab. Feuerwehr, da ist alles drin. Ein tolles Hobby. Ihr habt das richtig gut gemacht. Wir müssen sehen, dass wir mehr Feuerwehrleute kriegen. Wir haben einfach zu wenig. Wir müssen mehr Werbung machen, damit wir mehr Leute bekommen. Ja, das ist richtig. Denn Feuerwehr ist extrem nützlich und es rettet Menschenleben und es macht unheimlich viel Spaß. Wir machen 112 Prozent Ehrenamt. Macht mit! Untertitelung des ZDF, 2020